Meine lieben Leute, ihr habt sicherlich zu Recht einige offene Fragen, die ihr mir am allerliebsten mit Schallgeschwindigkeit ins Gesicht klatschen wollen würdet. Das würde ich auch in euren funkelnden Augen sehen, wenn ich euch nun von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würde. Aber leider trennt uns ja immer noch der Cyberspace. Ich sitz hier vor meinem digitalen Endgerät, ihr gleichsam auch. Und ihr fragt euch, mit gefletschten Zähnen womöglich, dreierlei. Ganz zuallererst kommt das große, warum, warum mussten wir so unheimlich lange auf eine Fortsetzung von diesem schönen Projekt fahren. Als nächstes fragt ihr euch an zweiter Stelle, wo, Kurando, wo bist du gewesen? Und natürlich last but not least an dritter Stelle. Wirst du es schaffen, das Spiel nun endlich zu Ende zu führen? Wirst du es durchspielen? Ja, wirst du es schaffen, bevor wir alle irgendwann hier eingesagt und unter die Erde gebracht werden? Ja, denn ich muss sagen, mittlerweile sind, äh, wie viele Monate vergangen seit der letzten Folge? Drei? Ich glaube, drei Monate. Also ich bin dem Tod näher als zuvor. Ich bin schon ein bisschen gestorben in der Zeit. Mir geht es zwar super, mir geht es super gut, aber, ja, ich habe es halt schon ein bisschen auf eine lange Bank geschoben. Bin jetzt aber wieder da und bin gewillt und voller Power, dieses Projekt durchzuziehen. Deshalb will ich jetzt sagen, auf alle eure Fragen gibt es jetzt die Antwort, warum, äh, ja, gut. Die Mousse hat mir gefehlt. Und zum anderen, wo ich war, ich war jeher, ich habe es nur nicht weitergespielt. Ich wollte noch mich festklammern an der Vorfreude, dass ich dieses Spiel noch spielen darf. Denn, wenn ich das durchgespielt habe, dann ist die Trilogie zumindest schon mal weg. Weg vom Fenster, da haben wir alles durchgespielt. Was bleibt danach? Die lange Leere, die endlose Leere, die mich verschlingen mag. Ja? Die Tristesse des Alltags. Deshalb saß ich hier phlegmatisch vor meinem Rechner und habe gedacht, komm, schieb es auf, schieb es auf, schieb es auf. Power ein bisschen auf, Power ein bisschen auf, Power ein bisschen auf. Ihr seht das, ne? Guckt mal, Levelanstieg, 47, oh, 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 oh. Nicht nur Erfahrungspunkte gesammelt, sondern auch hier die Ausrüstungssamen. Ja, haha. Ich war fleißig an der Samenbank hier, habe richtig schön geerntet. Und jetzt gleich hauen wir die neuen Ausrüstungsgegenstände raus, ihr lieben Leuts. Joach, jetzt geht es weiter. Ich hoffe und ich bin optimistisch. Ich werde es durchspielen jetzt. Wenn nicht jetzt. Oder jetzt in den nächsten Folgen. Wenn, wann denn sonst? Das ist die Frage. Wann denn sonst? Ich will auf jeden Fall durchkommen, bevor ich hier meine wunderschönen drei Töchter aufgezogen habe, die ich bis dann noch zeugen muss. Und bevor ich inkonierend bin. Also, nicht mehr viel Zeit haben. Nein, Quatsch. Ich muss weitermachen. Deshalb herzlich willkommen zur nächsten Folge. Folge, was weiß ich was, 45 oder so? Kann es sein? 45? Wo es gleich mal richtig zur Sache geht. Und wir gehen zum schönen Pflanz-Töpfchen. Und ich sag mal hier... Da haben wir sie. Guck mal, da sind sie schon. Wir haben allerlei Samen. Wir haben richtige Samenernte gemacht. Fragezeichen Samen. Noch und nöcher. Wahnsinn. Seltsame Samen. Fushigi no Tane. Fushigi, sonderbar merkwürdig. Tane Samen. Äh, was noch hier? Oh, du, 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 du Werkzeug Samen und sowas. Also, da können wir Wurfgegenstände und so ein Zeugs, was wir hier den Gegnern ins Gesicht knallen können. Aber es geht hier um die Ausrüstungs-Samen. Deshalb, bitte, oh, lieber Herr der Samen, kröne mich nun mit wunderschönen Ausrüstungsgegenständen, die wir brauchen, um unseren Daddy unter Tage zu bringen. Da, sozusagen. Mal gucken. Da haben wir erstmal ein Mien-O-Dress. Ein wunderschönes, wunderschönes, was, 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 Dress ist das eigentlich, eigentlich ein Kleid, ne? Ein Kleidchen, aber das ist aus wie ein Umhang. Was noch? Was gibt's noch? Zack. Star-Gazer. Ein Star-Gazer? Eine Waffe? Ach, guck mal hier. Das sah doch schon fast nach etwas aus, was der guten Ries gefallen könnte. So eine Art Helebarde, so eine Lanze, so ein Speer oder irgendwie sowas mit fetter Klinge vorne dran. Das ist gut, das gefällt mir. Oh, Sternenrüstung, auch noch. Mamma mia, das ist ja wunderschön. Was noch? Nochmal. Jetzt wird's aber. Das ist ja gar nicht mal selten, wenn man das doppelt hätte. Wo sind die Unikate, die schönen Rüstungsteile? Oh, Kongo-Motate. Ein Schild für unseren Helden. Na, sowas. Und Gumbantain. Zauberstab. Mien und Dress. Die zweite. Bitte noch was Schönes. Was Schönes für mich. Was Schönes für den Onkel Corando. Mein Coran! Was gibt's denn noch hier? Ei, 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 eine Walnuss haben wir da rausgepflückt. Komm, die wollen wir jetzt natürlich auch alle noch ernten. Da, zack. Engelskirch. Und... Oh, das ist sauber, Walnuss. Nehmen wir mit. Kurumi. Ah, Tenshiu seoi! Engelskirch. Heiliger Graal der Engel, sozusagen. Und hier gibt's eine allerlei, 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 allerlei Schm... Ach, ich will's gar nicht in den Mund nehmen, solche Worte hier. Ich hab nur noch Schmähworte übrig für alles, was wir nie brauchen. Guck mal da, ein Kürbis. Den kann man wenigstens aus dem Pflanschtopf, äh, ziehen, ja? Aber wer, 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 wer kann denn hier, äh, explosive Darts uns pflanzen? Ist ja unlogisch, unrealistisches Spiel. Nein, ich liebe das Spiel. Ich liebe das Spiel, nicht nur, ich lebe das Spiel. Und zwar mit voller Imbrunst. Äh, verkaufst du nicht noch sonst... Ach, halt, ich will erstmal ausrüsten, dann guck ich, ob du noch irgendwas hast. Ich hab nicht auch ordentlich, äh, Moneten, Moneten gesammelt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das geht. Ich bin viel zu lange nicht hier gewesen. Ich weiß gar nichts mehr. Ich hab mein Know-how auf ein Minimum reduziert. Jetzt wird's ganz schwierig. So, Stargazer kann... Die oder natürlich nicht tragen. Schade. Mir ein Crown, ne Krone... Ne, das will er sich auch nicht aufsetzen. Sieht auch eher aus wie ein Tiara, ne? Das Dress auch nicht. Rüst. Wofür existierst du überhaupt? Dioran, wenn du nichts anziehen willst davon. Schäbig. Gantret, ja gut. Ja, da aber... God shit. Ja, immerhin. Guck mal, Verteidigung und Abwehr... Abwehrrate. Guck mal, von 97 auf 60 ist das geil. Durgoi! Das ist mir, Mann. Richtig exklusiv. Wie sieht das aus mit den anderen? Hier noch was Schönes? Ah, ich glaub ich muss die erst... Ah, warte mal. Ich muss die erst rüber. Rüber. Rüber schippern. Inventory. Wo? Muki yoroi kabutori montate. Also... Waffen tauschen. Stargazer. Ries. Und das andere war hier, das Gumbantain. Ist, glaub ich, hier an... Ernstler. Wie sieht das mit dem anderen Rest? Zubala. Moment. Upsa. Oh, je, je, je. Komm, jetzt guck mal, ob man das in die Hand geben kann. Ach, guck mal, von 96 auf 277, das hat sich doch schon gelohnt. Fabelhaft. Und wie sieht's aus bei Ries? Stargazer. Ah, 263 auf 303. Zappalut. Da geht mir ja gleich. Da geht mir ja gleich die... Die Kanone steil, du. So. Was gibt's noch hier? Nein, nein. Ah, das Menü, das macht mich echt kirre. Kann sich nur um... Jahre handeln, wenn ich da... Das endlich mal getauscht krieg. So, einmal geklickt. Rüstung. Krokan heißt austauschen. Kann ich ja jetzt eigentlich, weil... Dioran davon gar nichts tragen kann. Nicht, weil ich das alles hier zuschustern. Der Rest wird verkauft. Noch mal weg. Helm? Die Krone. Boah. Echte Ries lieber, oder? Angela. Weiß ja nicht. Ja, das wär's, ne? Jetzt gucken wir mal. Wechseln wir mal. Auf die Ladies. Der Schöpfung. Ah. Sieh mal eine an. Zack. Das ist doch schon mal was gewesen. Und. Die Krone für die Königin. Na, passt ja nicht. Da müssen wir gleich mal gucken, ob das bei Angela vielleicht... ...kompatibel ist. Die Rüstung. Geht immerhin das. Ach komm schon. Ist doch schon mal ne Bessere. Jetzt wollen wir auch nochmal das Wagnis eingehen. Äh... Den Helm tauschen. Komplexer hätte man's echt nicht machen können, ne? So, ist das noch richtig alles? Ja. Geh mal hier auf Equipment. Equip! Ey! Ich blick nicht mehr durch. Äh... War ja hier. Girlie, girl, girl. Da! Schleife aus dem Haar. Stattdessen Krone rauf. Guck mal, die... Die Schleife ist fast genauso. Minimale Veränderung. Was ist das denn? Ja, egal. Komm. Alter Mann. Alles andere liegt an dir. Was hast du noch für uns? In der Hinsicht gar nichts mehr, was uns irgendwie besser... ...zutut. Waffen hängen in diesem Fall gleich viel besser. War hier nicht noch irgendwo ein Rüstungs... ...Fiffikus? Ich weiß gar nicht. Ach, wenn nicht, dann ist auch egal. Die Waffen sind viel besser. Der da oben nicht, ne? Kaufst du uns was? Der labert nur. Immer das Gerede! Ähm... Ich würde jetzt am liebsten erst noch einmal kurz dahin gehen. Und schauen. Wir sind, glaube ich, noch nicht komplett ausgerüstet. Wir müssen noch mal einkaufen gehen. Kann das sein? Poto-Poto-Öl. Ah, da haben wir noch genug. Ach, guck mal. Engelskehlche. Ja, das wird eng da. Da müssen wir noch mal... Da kaufen wir noch mal gleich. Und die ganzen Krempel. Da kaufen wir jetzt. Dat kaufen wir. Boah, mein Gott. Ich weiß nicht mehr, wie ich da gleich, äh... Pfff. Wo ich dann zum Poto-Poto-Öl-Händler komme. Wobei, der brauche ich nicht. Irgendwo, irgendwo, wo ich, äh, Gegenstände genüsslich kaufen kann. Scheiß drauf. Egal wo. Mir ist alles recht. Mittlerweile ist mir alles recht. Hier? Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wo was ist. Hm, nee. Ich gehe lieber hier auf irgendwas Festland. Wendel, komm. Ja, Alter, Heimat. Kann ich hier nicht landen? Was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt aber. Runter! Runter mit uns! Nee, ne Schenke, da will ich nicht rein. In der Taverne, nee. Das hat keinen guten Effekt auf mich. Wenn ich jetzt noch vorm Kampf Alkohol zu mir nehme, bin ich viel zu anfällig. Stattdessen gleite ich mal hier ganz schön rein. Und frage den alten Herren. Haben sie... Oh, da bin ich nicht rissen gegangen. Tut mir leid. Ich hoffe, ich habe keinen Schaden hinterlassen. Bonbons. Boah, ich hätte echt gerne eine Taste, wo ich einfach 10.000 kaufen kann zugleich. Aber diese Taste wird uns niemals zuteil kommen. In diesem Spiel niemals. Boah, alter Striche-Opa. Ich weiß nicht, was ist mir scheiße gekommen. Ich kaufe jetzt hier nur Honig. So! Wir sind ja sowas von verkackt reich. Das ist unglaublich. Unsagbar reich sind wir. Das habe ich auch noch nie erlebt. Wir können alles kaufen. Leibeigenschaft über all die Menschen, die hier leben in dem Spiel. Wir könnten sie als unser Schild benutzen im letzten Kampf. Um uns herum binden. Den alten Mann. Als lebende Rüstung. Undurchdringbar. Ja, so undurchdringbar nicht, aber... Würde schon ein Einschlag vom gegnerischen Fürsten aushalten, auf alle Fälle. So, und jetzt will ich noch ein paar Engelskirche haben. Komm, Engelskirche her. Softdick. 100 kosten die? Egal, ich brauche davon mindestens 50. Denn ich glaube, das, was kommt. Das, was kommt, wird hart werden. Wir kommen jetzt an die Grenze gleich, nämlich. An die Grenze des Schaffbaren. Das Spiel ist sehr schwer. Es ist extrem schwer. Und es wird mich auf die Prüfung, auf die Probe stellen. 47 ist unser Level. 47. Fast 10 Level mehr als beim letzten. Oder sind es sogar 10 Level? Ich weiß gar nicht, welchen Level ich beim letzten Mal hatte. Wie gesagt, die Entscheidung, mich offscreen aufzuleveln, kam ganz spontan. Dachte mir, komm, Kurando. Muss man, muss man auch, muss man auch mal ein bisschen was machen, was niemand sehen will. Komm. Mach mal das, was niemand sehen will. Zack. Packst dir jetzt noch ein paar Walnüsse ins... in den Ding hier. In eine Schubtasche. Schublade hier. Schublade. Schubtasche. Was ist mit mir los? Mein, äh, mein Gehirn löst sich auf, wenn ich solche primitiven Handlungen vollziehen muss. Ich kann hier nicht mehr länger sein. Ach, die Musik. Die zerfrisst mich. Ich muss hier raus. Aber nicht, ehe ich noch einmal geschlafen habe. In einem wendelschen Bett. Das sind die Besten. Hab man mir mal gesagt. Vor langer, langer Zeit. So. Uuuh. Jetzt haben wir den Tag von Salamander. Sehr gut. Spoil. Und nach diesem viel zu langen Vorgeplänkel wollen wir die Taiko-Trommel gen Luft erheben und sagen Fudami, hol mich ab und bring mich in die Wüste, ja. Denn dort soll es nun weitergehen. Oh, wunderbar. Das sind zwei... Kann ich einen... Muss ich denn nochmal komplett durchgehen oder kann ich mich gleich hier hin sprodonieren lassen? Die Dragons Hall ist mein Ziel, ne? Hey, Jemini. Na, landen wir erst mal hier. Den Ort kann ich nicht mehr sehen. Ich hab hier aufgepowert. Muss ich sagen. Furchtbar war das. Boah, aber jetzt sind wir ja viel zu stark. Die Gegner können gar nichts mehr. Die können nichts mehr. Die ramponieren wir innerhalb von einem Augenaufschlag. Guckt euch das an. Die zersplädtern hier. Die reißen auseinander. Die werden filipiert zerrissen. Guckt euch das an. Das ist einfach nur befriedigend. Das ist ja unfassbar. Guckt euch das an. Da werden wir ja von einem Sonnensturm noch touchiert, aber das kratzt uns nichts. Das ist uns vollkommen egal. Ja. Da oben ist auch noch einer. Upsi. Ah, da. Das tut ihm weh. Komme ich hier nicht weiter? Moment, laden wir mal. Was ist los? Jetzt, jetzt. Ah, okay. Eine wundervolle Box. Natürlich. Ein Pfeilregen. War eine Chance von 1 zu 100, glaube ich, dass ich die Pfeile abgekriegt habe. Aber egal. Dafür haben wir gleich noch einen Wurfgegenstand, den wir aber erst anpflanzen müssen. Kommt jetzt natürlich bin ich in Frage. So, das Küken wurde auch vermetzelt. Das Gute ist ja, wir können mit Juran jetzt auch alle heilen, ne? Das gefällt mir umso besser. Das macht auch viel, viel leichter dann. Vor allem, das heilt auch ordentlich. Ich muss noch mal kurz gucken, wo geht's denn hier noch mal lang? Ich glaube, den lassen wir mal. Ignorieren mal kurz die Brut. Bis auf hier, weil da ist der Weg leicht versperrt. Und ich glaube, das geht noch unten. Das sind immer drei meist, die angreifen. Na klar! Oh, verdammt. Oh mein Mann, Juran. All der! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, dass ich so viele Kelche gerade beim alten Mann gekauft habe. Ich werde hier gerade komplett demontiert von den Viechern. Obwohl zu große Reden geschwungen hier. Da ist Hurricane. Kommt noch mal. Von dem Automaten hier. Der Guardian. Den kille ich. Nur ein für allemal. So. Heilungsboost. Schön. Sanfte Berührung vom Lichtelement. Jetzt gucken wir da lang. Ah, nee. Feuertchen, das kann das kann mir gestohlen bleiben. Ach, meine Güte. Aber es sind noch Erfahrungspunkte, die wir vielleicht brauchen werden. Die wir brauchen werden. Wenn wir hier schon Schwierigkeiten haben. Nicht mal die beste Ausrüstung. Ja? Wie soll das denn für uns noch was werden? Falls ich scheitern sollte. Falls ich wirklich nicht weiterkommen werde. Dann werde ich das irgendwie nachher nachholen. Was anderes machen noch. Und aufpower noch offscreen mäßig. Aber die Aufgabe steht, das Spiel muss komplettiert werden. Das Projekt darf nicht sterben. auch wenn die Gegner alles daran setzen, dass es so ist, aber nein. Das Aufpowern hier war aber auch echt lästig. Wegen solcher Attacken immer. Die mich touchiert und vielseitig genervt haben. Zack. Und noch den Teufel. Auch der ist jetzt gefallen. Und okay, guck mal da unten. Schön. Öffnen wir mal die Buchs hier. Und was gibt es? Eine mysteriöse Fragezeichen. Fragezeichen dosest du. So, auf alle nochmal. Wenn schon, dann halten wir nochmal komplett querbeet durch. Und kommen nun hoffentlich gleich so weit durch, dass wir nicht noch einmal den Last Hurricane hier schwimmen müssen. dafür, dass er Last Hurricane, also der letzte Hurricane heißt, ist er viel zu oft schon also gewesen. Vom letzten nicht die Spur. Und weiter. Lassen wir eine Kiste hinter uns. Oh, da kommt ein richtiger Demo und ein richtiger Teufel. Halte mich einfach nochmal schnell. Die Gegner hier sind aber auch wirklich brachial nervig. Tötiges Gift gibt's hier für Ries. Okay. Und der Star Ranser steigt ein Level. Kann man jetzt gar nicht mehr wirklich viel machen hier. Kommt da, zack. Glück. Level 48. Guck mal, schön. Wunderschön. Wunder, 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 Wunderschön. Alles klar. Ranani, Statuette, Harpi und MP wird regeneriert. Kai füge ich da. Sebschmaska. Hi. Onegleichimaas. Zack. Auf dem gleichen Speicherplatz. Jetzt sind wir eigentlich da, wo wir sein wollten. Bei der großen Konfrontation. Ne, noch nicht. Ach so, wir müssen ein paar Meter gehen. Echt? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, guck mal, da in den Drachen schlummt. Oh, da seid ihr also endlich. Ihr könnt aber nicht weiter. Wissen wir doch alles schon. Oh, du, Judan, du kannst nun endlich aufgeben. Es ist soweit. Der Drachenkönig, der Drachenkaiser hat die größte Macht bereits in seinen Händen. Ja, ihr könnt niemals gegen ihn antreten. Das ist doch ein Witz, oder? Was denkst du denn? Wer du bist? Ja? Dass du mich einfach so rufst dir. Oh, na. Was denkst du? Egal, was das für einer ist. Ich mach den Ferdin, den Drachenkaiser. Ganz klar. Du hast es noch nicht erfasst, Judan, oder? Ich bin dein Vater, Loki. Okay, das kennen wir. Was erzählst du da? Bla, komm. Kennen wir. Wenn ihr das nochmal lesen oder hören wollt, dann geht nochmal zurück in den Folgen davor. Ich glaube, den ganzen Krempel hier noch einmal durchleben. Müssen wir nicht, denn wir müssen jetzt bei dieser tragischen Musik alles daran setzen, dass Loki, der vermeintliche Herr hier erledigt wird. Sag, wir prügeln ihn in die Ecke und hauen alles rauf. Physischer Schaden ist hier, glaube ich, das allerbeste, was wir machen können. Okay. Er wagt es aber auch auf gleiche Art und Weise. Ich hätte mal meine Engelskirche meine Engelskirche nachfüllen sollen. Eieiei, jetzt wird es aber, jetzt wird es aber harsch. Er macht auch echt gut Schaden. Aber wir können genauso fix auch nachheilen. Machen wir gleich auch nochmal. Lieber auf Nummer sicher gehen. Die erste Konfrontation mit ihm war ja nicht so glücklich, wie er hofft. Komm. Filetiert ihn. Treibt ihn in die Ecke. Klatscht ihn weg. So, denn ganz fix sind auch unsere Spezialattacken wieder aufgeladen. Die wollen wir dann natürlich auch entsprechend entfesseln. Hm? Zack. Ey, 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 ey. Oh. Schinküke. Da flattern sie. Das verursacht schon Schmerz, ne? Schon offensichtlich. Aber wir können heilen. Weiter geht's. Wir vertreiben die Melancholie der Musik hier mit unserem Schwer-Team. Und nochmal. Mal schauen, wie lange der durchhält. Der ist ja ziemlich in die Ecke getrieben grad. Aber der wird sich gleich wieder befreien mit seiner Attacke. Ja, guck mal hier. Okay. Oh, verdammt, ja. Das zieht ab. Das tut weh. Damit ist nicht das Scherzen. Das ist die Gefahr an dem Kampf. Also, er haut recht schnell auch starke Attacken raus. Wo ich auch gleich doppelt heilen muss. Damit ich dem nicht zum Opfer falle. Wobei, da kommt gleich der Nächste. Boah, jetzt heil doch endlich, Kollege. Können wir gleich nochmal machen. Und jetzt bitte lasst uns erstmal ein paar Schläge noch landen. Bevor er weitermacht mit seinem Angriffshagel. Latsch ihn weg. den Kollegen. Ja, tack. Da muss ich gleich nochmal heilen. Weil wenn er jetzt nochmal einen raushaut, dann war es das mit uns gewesen. Zumindest, äh, mit der guten Angela. Ich glaube, die ist geschwächt gewesen gerade. Genau, ja. In die Ecke mit unseren vermeintlichen Vater. Jetzt nehmt ihn in die Zange. Er kann ja gerade nicht allzu viel machen. Außer Schaden von uns einzustecken. Da ist er wieder. Der Scheibenwurf. Frisch geschnitten wird das hier serviert. Ah, wir haben's überlebt. Schnell noch einmal heilen. Und vielleicht auch gleich ein zweites Mal. Sauber. Es ist mir eine Ehre, ihn hier niederzuringen. Komm schon. weggeklatscht wird da. Und von allen Seiten drangsaliert. Oh! Da ist unser Vater gerade geplatzt. Das nennt man wohl Patrizit, Vatermord, Jodan schweigt. Äh, 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 verdammte Scheiße. Tut mir leid, das ist ja traurig. Oh! Mein Geist? Jodan, mein Sohn! Mein Sohn, mein Sohn. Du bist stark geworden. Der Fluch des Drachenkaisers hat mich erwischt und, äh, mich zum schwarzen, also in diese schwarze Hülle geformt, zum schwarzen Ritter gemacht. Du hast meine Seele befreit. Vielen Dank dafür. Die finsterne Kraft des Drachenkaisers ist so riesengroß. Pass bitte auf dich auf. Köh! Also, ich muss nun auch gehen, Jodan. Der Weg des Schwertes ist sehr steil. Deshalb, fall nicht hingehend weiter aufrecht standhaft. Und, ja, das Schwert ist der Spiegel, in dem sich dein Herz widerspiegelt. Egal, in welchem Moment du dich auch befindest, lass dich selbst nicht los und halte dein Herz immer in stiller Harmonie. Und zu ist er weg. Tonsan, warte auf mich, Vater. Dann musst du dich jetzt, äh, entleiben und dich selbst töten. Dann wärst du auf deinem, auf seinem Wege. Aber nein, ich glaub nicht. Tonsan, Vater. Ich werde den, dem Drachenkaiser auf keinen Fall verzeihen, dass er das mit meinem Vater gemacht hat. Und auch der, ähm, Kamesin-Rote-Magier der Drachenkaiser. Ich werde sie fertig machen. Vater. Ja? Oh, bitte, pass im Himmel auf meine Mutter auf. Also, lasst uns gehen. Oh, jetzt lassen wir erstmal hier den Lord ein Level steigen. Geht's direkt weiter, oder darf ich jetzt speichern noch? Geh nochmal kurz zurück. Ich fass nochmal, ich fass nochmal die Stottwette an. Ich glaub, das geht gleich weiter, ne? Das geht direkt, direkt weiter. Das geht direkt weiter. So, ihr lieben Leute, guckt mal, da ist die Statue, die ist hier in Trümmern. Egal. Wir speichern. Ja? Und ich sag, hier geht's weiter das nächste Mal. Wir haben nicht viel erlebt. Wir haben, wir haben, wir haben den Auftakt getan. Der Typ ist tot. Vater, Vater, abgesondert, ja? Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's um die Würst. Jetzt geht's um das wahre. Das wahre Finale. Und bis dahin, könnt ihr nochmal bereit machen. Nochmal schön was Neues anziehen, frisch machen. Kommentieren, liken, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und die Glocke aktivieren, auf den sozialen Medien gucken und das nächste Mal einschalten. Wenn es weiter geht, hier bei Silkeninze zu 3, Triles of Mana. Bis dahin, passt auf die Aufgabe dafür und auf Wiedersehen.